So meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Head in Time, oder? Oh, heine! So, ähm... Diesmal sind wir ja... Warte mal, war das hier? Nein, das war woanders. Ähm, beim letzten Mal haben wir ja Dingsboos fertig gemacht. Achso, ja, das war ja die Gruselmaske. Ähm, beim letzten Mal haben wir ja Dingsboos fertig gemacht, ähm... Den Dingsboos. Den, na wie heißt's? Na, das Ozean Ding, das Gedöns. Und jetzt sind wir dran. Ja, Nyan Kusa Metro. Gut, los geht's. Ähm, Freeroam-Zeitstück beim gelben Schalter. Wollen wir mal gucken. Nyan Kusa Metro, freier Modus. Ähm, im freien Modus müssen wir einfach die Stadt so ein bisschen erkunden, ein bisschen was hin und her machen. Und... Jo, das weiß ich noch. Mehr weiß ich nicht. Äh, ist cool. Sieht man im Splashart schon, dass da Dingsbums, ähm... Die Züge von Katzen gezogen werden. Ist eigentlich schon ganz geil. Gut, mir soweit ich weiß... Okay, wir brauchen irgendeinen Zugang. Können wir... Ah, wir können diese Roboter also benutzen. Okay. Also hier scheint alles voller Katzen zu sein. Vorsicht, Vorsicht! Wow. Die sind schon echt goldig. Guck mal, wie sie sich freut. Haha, herrlich. Sie freut. Ah, ist ja cool. Die soll uns aber auch bedeuten, dass es Aua macht. Hm. Okay, ah, das ist eine Rolltreppe. Okay. So, die haben nix zu quatschen. Alles klar. Dann müssen wir einfach hier weiter. So. Ich glaube, ich sollte den Hut hier aufsetzen, um zu gucken, wo ich lang muss. Hm. Hallo! Miau, miau! Mr. Miau, miau! Ich muss Ihren Zug benutzen. Widersetzen Sie sich nicht. Es wird auch nicht wehtun. Gut. Hallo, Mr. Miau, miau! Ups. Ja, das wird ein echter Spaß hier. Ist schon eine recht geile Map. Das kann man nicht anders da sagen. Ja, die hauen uns weg. Hält sich ja einem noch einigermaßen hier in Grenzen. Warte mal, kann ich die irgendwie? Das sind Katzenroboter. Ah, ich verstehe. Komme ich da aber auch so hoch? Nee, kann ich nicht. Okay, ich verstehe. Das sind also Katzenroboter, die es sauber machen. Und solange wir dreckig sind, folgen die uns und dann machen die uns sauber. Super. 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 So, muss ich hier rüber oder muss ich da drauf? Ich befürchte, ich muss auf den Zug. Oh, wie geil! Leute, das werden lange Parts hier. Aber ich finde es einfach hier ultra geil. Hier sieht man, wem die... Das ist also eine Ninja-Katze. Recyceln ist ganz wichtig, natürlich. Schlechte Neuigkeiten. Der 3 Uhr Zug verspätet sich wieder. Mich schon wieder? Ach, das ist schlecht. Ich werde mich verspäten. Sieht aus. Was? Sieht gut aus, aber ich habe meinen Tee verschüttet. Ja, das ist halt ziemlich asiatisch gemacht hier. Ich will erst mal dieses Zeitstück gerne sichten. Die Frage ist, kann ich da jetzt schon hin? Das ist irgendwo, wo es gelb ist. Ich weiß, wo ich lang muss. Ich will halt nur noch nicht da hin. Okay, hier kann ich noch nicht hin. Früher gab es einen Burgerfagen, der hier immer stand. Ich vermisse ihn so sehr. Och. Oh, Baseball-Schläger. Den kaufe ich. Oh, herrlich. Perfekt für Sachschäden. Einschüchterung und manchmal Baseball. Wir haben jetzt einen Baseball-Schläger. Geil. Oh ja, jetzt können wir uns diese DLC-Klamotten kaufen. Eine Yankusa-Wars-City-Jacke. Nur für coole Katzen. Das ist die größte Größe, die sie haben. Geil. Was haben wir hier? Oh ja. Oh ja. Hexenhut-Flair. Geil. 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 Wir haben einen schönen Hexenhut. Oh, schön. Guckt sie euch an. Goldig. Genial. Genial. Oh, super. Ich würde trotzdem gerne nochmal diesen Zeitrister untersuchen. Was gibt es denn hier? Perfektes Komfort-Essen. Alles klar. Okay. Geheime Kombi ist verfügbar. Kannst du sie finden? Was haben wir denn hier? Kuchen, Tee, Saftpackung, Reis. Das da, das da und... Gucken wir mal. Wir können uns hier Essen kaufen, das gibt uns auch Energie. Aus Obst gepresst und in eine Schachtel gelegt. Premium-Saft enthält oft klobiges Fruchtfleisch, was die Heuchelei in der Unwidrigkeit der Menschheit zeigt, verdorbene Milch zu trinken. Ha, ha, okay. Oh, geil. Reis ist eines der am häufigsten konsumierten Lebensmittel der Welt. Es ist einfach zuzubreinen. Binig und der Retter von nassen Handys. Ha, ha, ha. Geil. Ein leckeres, in Streifen geschnitzene Schnitzel, das mit kräftigen Curry und normalerweise Reis serviert wird. Das Wortspiel ist unwiderstehlich, da du dich an der Katzenmetro befindest. Es wird aber nicht gewürdigt. Geil. Schön. Cool. Herrlich. So, da ist das Zeitportal. Ich will trotzdem mal gucken, ob ich irgendwo was finde. Okay, das Zeitportal ist hier. Also nicht hier, sondern so ein grüner Fleck über so einem gelben Eingang. Ja, da muss ich mir später nochmal suchen machen, wenn ich mehrere Locations freigeschaltet habe. Die gehören mir. Da sind meine. Hat hier gerade eine Katze verprügelt? Naja, gut, es sind böse Katzen. Es gibt gute und böse Katzen. Super. Ein seltener Sticker ist in der Alpenbergkette aufgetaucht. Das gehört dem Boss. Vier. Thank you for bringing this to me. Who do you work for? No one. Well. I can't have you running around interfering with my jewel business. So? You work for me now. What? Kommt in meine Store. Wir haben Business, um zu diskutieren. Aha. Davon gibt es mehr, da bin ich sicher. Du wirkst talentiert, wenn es darum geht, sie zu finden. Ich bezahle dich und du bringst mir mehr. Ganz simple Angelegenheit. Fang mit dem Suchen bei der gelben Metro-Übergang an. Du wirst dich schon zurechtfinden. Jetzt mach dich auf den Weg und komm nicht mit leeren Händen zurück. Ah, wir müssen jetzt also die Zeitstücke... Ja, die Kleine ist aber nicht an Geld interessiert. Die will doch nur die Zeitstücke haben. So, vielleicht finde ich aber auch da den Zeitriss. Der Beste in der Metro. Gelber Metro-Übergang. Hier gibt es ein Zeitstück, ein Zeitriss und irgendwas. Frühlingslolle. D. Nice. Bye, bye. Brauche ich nicht. Hier gibt es keine geheimen Kombinationen, die ich brauche. Eine geheime Kombination. Teigtaschen. Eine Frühlingsrolle. Ich würde eher sagen Teigtaschen mit Reis. Ist das eine geheime Kombi? Ich weiß es nicht. Ja, Miamtja. Geil. Ein neuer Sticker wurde freigeschaltet. Oh, geil. Cool. Da kriegt man ja mehr Energie. Gedämpfte Teigtaschen. Gefüllt mit Fleisch und Soupé. Du wirst nicht genau wissen, welcher Geschmack sich unter dem Teig verbirgt, bis du den Mut hast, ins Unbekannte zu beißen. Geil. Super. Ja, schön. Ähm. Dann werde ich das auch... Mach doch mal, wie viel Kohle habe ich denn jetzt eigentlich? Ich habe noch 500. Ja, dann werde ich die geheime Kombi weiterhin suchen. Ähm. Wenn das... Dingsbums. Ups. Geheime Kombi. Kuchen. Und Tee. War das was? Ich glaube nicht. Kuchen. Ein süßes Baked-Dessert. Normalerweise für spezielle Beispiele, wie Geburtstag, Weihnachten oder 2 Uhr morgens. Oder 2 Uhr morgens. Geil. Kuchen um 2 Uhr morgens. Tee kennen wir ja schon. Das war aber nicht der Fall. Okay. Boah. Lecker. Wir wollen jetzt aber nicht, dass die Kleine hier die ganze Zeit... Ah, ich kann also nur einen machen. Okay. Da komme ich nach oben. Ich muss aber in die gelbe Metro erst mal. Ich hoffe, man hört auf der Aufnahme die Soundbugs nicht. Ähm. Das... Gut und authentisch englische Chips. Ähm. Metro Special Fish und Pommes. Fisch und Chips? Vielleicht? Ja, geil! Ich weiß es echt nicht, Leute. Sticker. Neuer Sticker wurde freigeschaltet. Kriege ich nur Sticker? Fisch. Battered and fried fish. Usually Cod or Pollock. Most cats love being able to buy it fried, since there's no fish tanks in the Metro to steal from. Da gibt das eine Oma, keine Aquarien gibt, aus dem man stillen. Geil. French fries. Sliced and deep fried potatoes. Ein wichtiger Erinnerung, dass wir alle klein sind, aber zusammen sind wir köstlich. Auch geil. Schön. Gut. Gibt aber nicht jede geheime Kombo, gibt Energie. Okay. So, hier ist noch ein Sticker. Neuer Sticker. Super. Alter, wir haben viel zu viele Sticker hier. Sorry. Ah, das stimmt. Aber das musst du dich nicht entschuldigen für. So, und jetzt hier rüber. Was war denn das? Subway Surfer oder was? Hahaha. Na gut. Wow. Okay, das kommt nicht immer. Das kommt nur einmalig. Ich verstehe. Böse Vögel. Böse Vögel. Vogel. Vogel. Okay, ist hier noch ein... Da ist noch ein Sticker. Nein! Das... Ach, scheiße. Ich wollte eigentlich hoch. Ne, ist egal. Oh, endet die Farbe deiner Kleidung. Will ich eigentlich nicht. Aber ich will die Farben kaufen. Ich meine, für 25 kann ich die gerne mal mitnehmen. Äh, Kameraanstecker. Ein neuer Filter für die Kamera. Es ist wie ein Kissen. Du kannst einfach hineinsteigen. Jo, kaufen wir mal. Alter, hier wirst du echt arm. Gemütlicher Pullover. Er ist wie ein Kissen, in den du hineinsteigen kannst. Ist ja... Das ist jetzt wirklich wie so ein Hausmädchen. Oh, geil. Mit den Schlappen. Und den Riesenstrümpfen. Oder der Strümpfhose. Keine Ahnung. Oh, geil. So, kann ich mir den... Kann ich mir den uns eigentlich leisten? Ne, ne? Kostet 200. Doch, den hab ich noch. Boah, da muss ich off-screen echt mal Juwelen farmen. Weil ich bin mit 1500 hier reingegangen. Bin jetzt komplett blank. So, gut. Ich will aber gerne meine Farbe wieder ändern. So, das passt zu der Kleinen. Oh, ich will auf die... Ich will nicht... Die Kleine möchte so wie das Idol sein. Yay. Herrlich. Schön. Oh, Niancusa Metro. Genial. Ähm. Den Sticker kriege ich. Den kriege ich. Den kriege ich. Yeah. Neuer Sticker. Och, nö. Ich will aber so ein... Ich nix wollen Maf... Maf... Mafia Stick haben. Weil Mafia nicht so weit denken können. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ja, bist du sicher? Es ist ein großes... Okay, okay. Ich sag's dir. Da würdest du nie drauf kommen. Der Besitzer vom Juweliergeschäft ist für den Job nicht qualifiziert. Ich hab's ja gesagt. Tolles Geheimnis, nicht? Pfff. Hat man leider oft so. Was soll es sein? Oh, Pizza. Oh, Pizza. Geil. Aber ich hab kein Geld mehr. Scheiße. Oder? Doch, ich hab noch Geld. Hahaha. Ready to take your order. Ah, Pizza. Da braucht man keinen Hunger für. Das hat man immer. Pizza-Slice. A round dough base topped with tomato, cheese and other toppings. Most chefs are reduced to tears by the simple act of witnessing such triangular beauty. Hahaha. Von seiner solchen dreieckigen Stirn hat so Tränen gerührt. Warum? Weil es so simpel ist, oder? Weil die so lecker ist. Oh, geil. Ah, neue Farben. Oh, geil. Ich, ich, ich muss hier hin. Ich muss hier alles kaufen. Ich will hier alles kaufen. Ist alles wunderschön. Ich muss trotzdem da hin. So, ähm, ich muss also. Gut, ähm. Nee, das ist immer noch nicht das, was ich suche. Nee, hier gibt's keine geheime Kombo. Aber hier gibt's noch einen Sticker. Oh, DJ Grooves. Hi. Oh, nein. Das wird noch einige Parts in Anspruch nehmen. Oder die Parts werden einfach saulang. Ich weiß nicht. Vielleicht machst du zwischen den Parts auch einfach mal eine Farmrunde. Nein, ich will doch... Also... Schön. Super. Okay. Was haben wir hier? Nein. Hier gibt's keine geheime Kombination. Kann ich hier rein? Nein, schade. Kann ich hier rein? Auch nicht. Okay, schade. Oh, geheime Kombi. Kaffee und Kuchen, oder? Heiße Schokolade und Kekse. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, heiße Schokolade mit Marshmallows. Oh, geil. Schade, ich habe die Heimkombi nicht gefunden. Na gut, kann man nichts machen. Ich kann nicht alles finden. Nein. Ich muss genau andersrum. Hier sind Geldautomaten. Okay. Einige der Gulli-Deckel sind nicht echt, aber das hast du schon herausgefunden. Okay. Please, keep wall climbing to a minimum. Behaltet Mauernkletten auf ein Minimum. Geil. Geil. So bin ich überhaupt richtig? Ja. Oh, war das knapp. Ich habe mich schon tot gesehen. Okay, wo muss ich denn? Ich muss das irgendwie... Oh, cool. Okay, hat auch so geklappt. Okay, ich dachte, ich müsste das irgendwie timen oder so. Ich habe nichts gehört. Keine Ahnung, worüber du sprichst, Kumpel. Ja, 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 ja. So, hier noch. Ich weiß nicht, ob so schlau ist, sich den ganzen... ganzen Herzen schon rein zu pfeifen, wenn man es eigentlich nicht braucht. Oh, ich habe das Zeitstück gefunden. Super. Schön. Ich freue mich. Ich mache aber gleich noch eins. Ich mache die Parts nicht so kurz. Was? Oh, schon wieder da. Und du hast ein weiteres Zeitstück für mich. Wunderbar. Unser kleine Vereinbarung läuft gut. Schau, dass es so weitergeht. Aha. Wenn du schon so gut läufst, solltest du keine Probleme haben, dir ein paar Metropässe zu kaufen. Ohne sie wirst du nicht viel herumkommen. Ja, ich brauche unbedingt die Metropässe. Das ist also der Juwelierladen. Leflin. Geil. Schön genannt. Ähm... Metropass. Hallo. Brauchst du einen Metroplan, wenn du so gar nicht zur Seite dir, wo es lang geht? Zugänglichkeitsoption. Der Metropass ist ein komplett gigantischer Ort, in dem man sich nicht immer leicht zurechtfinden kann. Wenn du dich fürs Erkunden interessierst, in etwas Hilfe auf dem Weg zum Ziel willst, zeigt dieser Plan dir einen klaren Weg, dem du folgen kannst. Wenn du wieder erkunden willst, kannst du ihn auch wieder ausschalten. Brauchst du Unterstützung? Hm... Nee, ich will erst mal erkunden. Ähm... Dieser Plan hilft uns, von A nach B zu kommen. Das, was wir halt brauchen, das ist an sich ganz nett. Aber um ehrlich zu sein, ich will es erst mal so hinkriegen. Okay, ich brauche einen Metropass. Ich muss da runter. Erstmal. Und ich will dieses Zeitstück haben. Glitzende Dinge? Wo? Ich habe einen Freund, der nach ihnen sucht. Oh, die liegen oben auf den Gebäuden und so. Kannst du mir eins bringen? Sie sind sehr wertvoll. Niemals. Ich habe Höhenangst. Ich teile mit dir auch den Gewinn. Wir reden später. Ich glaube, jemand hört uns zu. Aha. Interessant. Auf Gebäuden liegen glitzende Dinger. Wie geil ist das denn? Oh, dieser Kuba wird sich so freuen. Gelber Metro-Übergang. Ja, das ist schön und gut. Bringt mir nur nicht viel. Autsch. Geht es hier eigentlich weiter? Nee, ne? So, ohne gelben Metro-Pass. Geheime-Kombo ist verfügbar. Ähm, Kaffee und Kekse vielleicht. Kaffee und Kekse. Ja! Kaffee und Kekse! Kaffee. Warmes, gebrautes Getränk. Zubrennt auf Kaffeebohnen. Kaffee. Regelmäßiges Trink verwandelt ein Kätzchen, eine Katze und eine Katze und ein nervöses Frack. Oh, geil! Ja, Kuckies. Kuckies sind einfach geil. Okay, das haben wir schon. Hier komme ich nicht rein. Äh, an kalten Tagen, fantastisch. Mh, nein, eigentlich aktuell. Da ist der Zeiteingang. Äh, der Zeitriss. Schön. Zeitriss. Rumbi-Fabrik. Wunderbar. Na komm. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Ladebildschirm. Gibt's hier auch so Karten und so ein Kram? Ne, ne? Hier gibt's nur den Zeitriss. Doch, das ist sowas. Oh, da muss ich aber... Yay! Ich nehme wieder den Hexenhut. Okay, da kann ich nicht hin. Ich kann mich aber da verstecken. Hehe, da findet mich keiner. Na gut. Ah, der ist also defekt. Ah, da kommen meine Roboter her. Vorsicht vor dem grünen Schleim. Wer weiß, was das ist. Nett, dass die uns in ein grünes... Ah, etwas verwandeln. So ein Roboter habe ich doch auch in meinem Raumschiff. Der macht sauber. Und wenn ich ihn verprügel, gibt er mir Geld. So, das ist offen. Also ich könnte es jetzt theoretisch öffnen. Jetzt die Frage, möchte ich das schon machen? Kann ich hier so hoch? Ja, kann ich. So, ich würde gerne natürlich alle, sofern möglich, natürlich alle, wie heißt es, alle Karten einsammeln. Das klappt ja nicht immer, aber die, weil da zehn versteckte Schatzkarten, das ist natürlich schon... Aber sieht jetzt nicht so danach aus. Also ich habe jetzt keine gesehen. Dann ist das halt so. Ich bin hier gerade ein bisschen stiller. Ah, hier geht es nach oben. Gut, zum Glück sind die kaputt und machen... Okay. Nein! Runtergefallen. Boah, ist das schlimm hier. So, eine Schatzkarte habe ich schon immer. Da ist noch ein Krönchen. Okay, da ist auch noch ein Krönchen. Die Krönchen sind ja jetzt nicht ganz so tragisch, wie ich finde. Okay, hier war ich... Da muss ich lang. So, den bösen Waschbärl lasse ich mal pennen. Ich mach mir gleich nochmal... Ich suche mir gleich nochmal einen Aussichtspunkt, wo ich... So, unten sehe ich jetzt nichts mehr. Okay. Hier oben sehe ich jetzt auch nichts. Na gut, dann gehe ich hier einfach mal weiter. So, den Gruselroute brauche ich. Gut, wie sieht es denn hier aus? Okay, hier wird eingepackt. Gut, ich verstehe. Ich ziehe natürlich den... Mundschutz wieder an. Hallo, ich würde da gerne rein. Gut. Ah, von hier hätte ich... Wäre ich reingekommen. Oha. Gut, macht aber nichts. Ich habe ja das Ding auch anders reitig gekriegt. Wow. Oh Mädchen. Mach mich doch nicht so verrückt. So, da hinten ist noch was. Da brauche ich wieder die Gruselmaske. Okay. So, da unten gibt es noch was. Ne, war schon richtig. Ich muss mal durchbrennen. Ah, die verfolgen einen ja sau schnell. Eieiei. So, hier gibt es nichts mehr. Gut, dem konnte ich so ein bisschen entkommen. Alles klar. Gibt es hier unten noch irgendwas? Müh, müh, bist ja gut. Nee. Na gut. Aber. Da kannst du von mir aus explodieren, wie du willst. Das ist mir relativ Wurst. Okay. Das bedeutet, ich sehe jetzt hier nichts mehr. Erstmal. Gut, geht's weiter. Im Geschäftsbüro. Noch. Super, meiner Spuck. Ja. Das ist mir egal. Du machst bei mir nicht sauber. So, hier kann man also Kohle fahren. Geil, 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 geil. Money, 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 money. Ja, komm, das ist gut sein. Hier darf man also nicht rein. Ich verstehe. So, so, da geht's rein. Ich will mich aber hier erst nochmal... Hier könnte ich jetzt direkt weiter. Aber ich hab nur vier von zehn. Ah, Rumbie, Grandly, heißen die. Verstehe. How to build. Eat pizza, take a nap, stick the peace together. Easy. Geil. Und hier ist also die... That money. Die Frage ist, warum ist das hier... In einer anderen Farbe? Die scheinen damit ordentlich Kohle gemacht zu haben. Das müssen wir denen lassen. Ich finde die Musik ja schon irgendwie so... Der Ort hat was zu verbergen. Und das merkt man. Ach komm, ein bisschen Money noch. Na gut, ich hör damit auf. Ich will ja nicht ganz gemein sein. Hier ist also die Post... Direktion. Lass mich raten, hier... Kommen... Die Reklamationen rein. Bei den Dingern, die nicht funktionieren. Hier gibt's ja auch ein paar, die kaputzen. Au, 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 au. Hä, hatte ich nicht fünf Energie? Das ist mies. Ähm... Wo muss ich denn lang? Wo will ich denn lang? Wo soll ich denn lang? Wo darf ich denn? Da hinten ist noch was. Okay. Ach, schau. Boah! So, ich versuche hier natürlich jedes Versteck zu finden. Ich mag diese Zeitrisse. Die sind zwar gruselig. Wie ich finde, so ein bisschen. Okay, gut. Ah, wie bin ich denn hier reingekommen? Hallo, ich würde hier auch gerne wieder rauskommen. Danke. Ah, okay. Ich hab mal wieder getrickst, der kleine Lümmel. So, ich bin aber noch nicht fertig hier. Ist halt die Frage, ob wirklich jetzt in jeder Map nur so eine Schatzkarte drin ist oder mehrere. Gut. Oh, ist das mies. Seid ihr gemein. Nerzchen. Nerzchen für die Kleine. Dann ist sie nicht alleine. Finde ich sehr feine. Ah, ba, 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 bam. Sieht für mich aber jetzt gecleared aus. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Zeitrisse findet. Ich finde die sau geil. Vor allem mit der Musik. Also das ist schon... Passt sehr gut. Wie ich finde. Okay, hier oben war ich aber schon. Egal. Sechs von zehn. Sechs von zehn. Hä? Hä? Das kann doch nicht sein. Ich hab alles so gründlich abgesucht und hab nur sechs von zehn gefunden. Sieben von zehn. Aber trotzdem. Entschuldigung, aber das will ich nicht glauben. Da muss es noch mehr geben. Das sieht schon gruselig aus, ne? Ich komme dich besuchen in deinen Träumen. Ja, das passt nicht. Jo, ich hab wieder Kohle. Das gebe ich schon wieder für Klamotten aus. Das ist natürlich... Ne. Super. Drei fehlen. Ein letzter Auftrag. Von uns. Wir haben also so einen Rombi gebastelt. Nachdem wir fertig waren, war er total lieb. Dann hat er gesehen, dass wir Ärger mit den Mafiosis hatten. Und dass uns das Head... Und dass uns das Mastage-Girl geärgert hat. Wir wurden... Wir haben gefeiert. Wir waren traurig. Ohne Seele. Wir haben miteinander gelacht. Wir haben miteinander gelacht und das für Scheiße. Och Mann. Das war so schön. Neuer Remix. Ne. Das interessiert mich nicht. Hut-Flair. Ähm... Sprithut. Geil. Ich habe nur keine Ahnung, wie er aussieht. Wie sieht er denn an der Kleinen aus? Komm. Gucken wir mal. Dann sind wir auch heute fertig. Mit dem Part. Perfekt. Ähm... Oh, cool. Alles klar. Ich glaube, den hatte ich schon nochmal. Herrlich. Also dann, Leute. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi.